Oder der, den finde ich cool, oder? Kann man schon nehmen. Discord ist ja allgemein für seine coolen Designs bekannt, das haben sie jetzt selber schon mitbekommen und haben sich gedacht, naja, warum nicht das bekannteste Adjektiv, wie man uns beschreibt, auf eine von unseren beschissenen Hosen geben als Gürtel. Sicher, das machen wir. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, ich sitze da spontan am Computer, bin da so ein bisschen am Herumscrollen und sehe, da gibt es ja ein paar Angebote, aber die gibt es nur am Cyber Monday, minus 20%, auch auf bereits reduziertes. Und ich habe mir gedacht, da gibt es einen spontanen Shopping-Stream und da schauen wir mal rein, was es im Sale so gibt und was wir uns da schießen können. Warum nicht? Wir waren ja viel zu beschäftigt mit dem Black Friday Tilt-Ans bei MWM-Gabe am Freitag, den ja sehr viele von euch genutzt haben. Ich sage ganz ehrlich, wir haben das Dreifache verkauft von dem, was wir gedacht haben. Nicht mal normal. Also vielen, vielen lieben Dank für alle, die dabei waren. Chat ist am Start, ich bin am Start. Eigentlich hält uns nichts mehr auf, wir können loslegen. Ihr wisst ja, Leute, wir haben, ich glaube, noch 900 oder 1000 Euro über, die sollte man verballern. Weil ich, ganz ehrlich, in letzter Zeit haben wir schon so oft gesagt, wir machen einen Shopping-Stream. Aber irgendwie hatte ich keinen Bock und es gab auch nichts, auf das ich Lust hatte. Und jetzt habe ich vorher ein bisschen herumgestöbert und ich habe mir gedacht, naja, es gibt doch ein paar Sachen. Zum Beispiel, also ich bin jetzt da direkt mal beim Sale drin. Ich schaue mal bei den Accessoires für 900 Euro einen Schal. Weil das hat einen Sinn. Na, ich weiß nicht. Den Schal habe ich ja jetzt nur, weil ich ein bisschen angeschlagen bin. Männergrippe. Also für alle, die sich wundern. Ja, Männergrippe. Deswegen... Ja, schau, da kommt schon die erste Träne. Deswegen der Schal. Schaut furchtbar aus, ich weiß. Aber das ist der Einzige, den ich noch so habe. Den anderen hat meine Putzfrau einfach heute weggeworfen. Ich habe ihn nur kurz auf den Mistkübel gelegt. Und dann war er weg. Ja, was lege ich ihn auch dorthin? Komplett dumm. Weil ich dachte, der hat Löcher, der geht weg. Wir schauen, das brauchen wir. Brillen haben wir jetzt echt schon genug. Gürtel. Mein Gucci-Gürtel ist weg. Ich habe jetzt nur mehr den Ferragamo-Gürtel. Ich brauche einen neuen Gürtel. Hosenträger unbedingt. Jetzt, wo ich wieder so krass abgenommen habe, nach meinen drei Tagen krank sein, rutschen meine Hosen immer so stark. Brauche ich Hosenträger. Kulturbeutel auf jeden Fall. Ich habe sicher jetzt schon seit sechs Jahren denselben ekelhaften Kulturbeutel, wo alles schon da drin ausgeräumt ist. Also Rasierschaum, Zahnpasta, Duschgel, Kondome. Ja, die können aufreißen. Alles. Also ziemlich ekelhaft. Da kann was Neues, ja. Okay, so. Zurück zum Thema. Ja, ich liebe Eugle mit diesen Elix-Gürteln. Was ist denn das? Ja, okay. Wahrscheinlich, oder? So ein Plastik-Plaids. Ja, genau. Oder der. Den finde ich cool. Oder? Kann man schon nehmen. Die Square ist ja allgemein für seine coolen Designs bekannt. Das haben sie jetzt selber schon mitbekommen und haben sich gedacht, naja, warum nicht das bekannteste Adjektiv, wie man uns beschreibt, auf eine von unseren beschissenen Hosen geben als Gürtel. Sicher, das machen wir. Hauptsache, ich habe die D-Squad-Boys erst so kurz in Mykonos am Strand gehen. Und war so, hallo, grüß euch. Ich bin so ein schlechter Mensch. Oh mein Gott. Okay. Da, da haben wir diesen klassischen Rollercoaster-Gürtel. Auf den gibt es aber nicht noch einmal 20%, sehe ich da schon. Aber der wäre eigentlich ganz nice. Der ist schon ganz cool, gell? Der Chat sagt auch. Aber da unten gibt es den in ganz schwarz. Finde ich auch nicht schlecht. Ja. Und was sagt es hier zu Silber? Ich weiß nicht, ob Silber mir nicht schon ein bisschen zu aufdringlich ist. Auch mit der Schnalle, diesmal schon fast ein bisschen... Na, das ist mir, glaube ich, ein bisschen too much. Da finde ich den da besser. Den oder den. Wie wäre es mit Philipp Lein? Auch eine super Idee. Top. Kann ich mir gut vorstellen. Da fehlt mir aber, da ist mir zu wenig Totenkopf dabei. Off-White hat jetzt anscheinend einen Sale. Machen wir nochmal einen Rausverkauf. Ich frage mich echt, wer das jetzt übernimmt. So, bin gespannt. Oder ob das wer übernimmt. Gibt es überhaupt schon... Ich meine, sicher gibt es andere Designer, aber keinen offiziellen Headdesigner, soweit ich weiß. Giuseppe Zanotti. Ja. Kann ich dem Burschen, dem Vogel, dem mit Sportbetten ja Geld verdienen, ein bisschen Konkurrenz machen, glaube ich. Okay. Ja, sonst... Schauen wir noch ein bisschen, aber ich glaube, sonst war es das. Bei so einer normalen Versace-Couture, auch cool. Da kann ich meine Versace-Jacke dazu tragen. Die werde ich, by the way, wahrscheinlich auch hergeben. Bast, Gürtel sind weg. Schauen wir zu den Kulturbeuteln. Na, da sehe ich nichts. Bathing, ey. Das ist halt da nur, damit du keine Nivea-Kulturbeutel hast. Kulturbeutel? Das ist ein 70es Wort. Na, nein. Das war's. Kulturbeutel, eine herbe Enttäuschung. Schauen wir rein bei... Ja, machen wir mal einen Mäntel. Was haben wir dafür? Ich hätte mal so richtig Bock auf eine Choban-Jacke. Ich wäre gerne ein richtiger Choban, also brauche ich eine Choban-Jacke. Nein, Jacken brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Pullover. Schauen wir mal. Pullover. Wäre mal wieder ein Sweater ganz... Oder Strick. Den finde ich nicht mal so schlecht, aber na, dieses fette Kreuz schon wieder vorne. Habe ich die Weihnachtsmusik noch laufen? Wie laut bin ich im Vergleich? Soll ich die ein bisschen leiser drehen? Scheiße, hatte ich die beim Intro auch noch laufen? Warum eigentlich diese Musik im Hintergrund? Ja, weil ich will, dass ihr in die Weihnachtsstimmung kommt, Leute. Was ist da los? Was haben wir da? Palm Angels? Ja, taugt mir nicht. Ami Paris, den haben wir ja wieder zurückgeschickt. Der hat uns nicht gepasst. Oh, mit so Cremefarben? Ja, aber... I don't know. Da finde ich den noch ein bisschen cooler, aber... Da könnte man ein bisschen was von Mani nachkaufen. Musik ist 10 von 10. Freut mich, Freunde. Der ist nicht einmal schlecht, oder? Was sagt es zu dem? Den finde ich not bad. So ein bisschen Klexi-mäßig und nicht dieses klassische Off-White-Symbol. Finde ich eigentlich ganz cool. Würde ich in L nehmen. 695. Kriege ich da nochmal 20% drauf? Erinnert mich an Milch mit Schoko. Extra 20% kriegt man drauf. Geht schon. Sternl. Taugt mir schon wieder. Den da für Weihnachten. So, ich stelle mir vor, wie ich zum Weihnachtsfest mir den richtig versau und den dann nicht mehr zurückschicken kann. Aber wir schauen nachher, ob man die Kuh oder den besser findet. Neil Bowered. Oder den von Represent. Den finde ich natürlich auch sehr fein. Gibt es auf den normal 20%. Na seh, ja. Perfekt. Bis Stepper, der ist ordentlich günstig. Na sicher. Da kann man schon mal bei Harry Brace einen Zuschauer schlagen. Damit ich das rausbringe. Ich bin gerade so aufgeregt, weil ich den so günstig bekommen könnte. Cool. Ja, den nehme ich 1.702 Euro. Vorsehen auch. Weil da so Fäden dranhängen. Aber der ist schon cool. Mit den Fäden und mit dem Kreuz, was mal anders ist. Schon gar nicht mal so schlecht. Wir haben 900 Euro und die müssen weise eingesetzt werden. Was sagst du zu dem da? Den finde ich eigentlich ganz cool. Den finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich nice sogar. Crazy. Gibt es da noch einen L? Krass. Den finde ich sehr, sehr nice. Mit Sternen markieren. Den finde ich cool. Ich weiß, Chad wird eskalieren und sagen, auf keinen Fall. Furchtbar. Ich finde den nice. Besser als die Off-White-Pullover bis jetzt. Lass es. Je mehr du protestierst, desto mehr will ich ihn wahrscheinlich. Der ist auch irgendwie cool. Der ist irgendwie nice. Leben wir. Chad, was sagt sie zu dem? Nicht immer so langweilige Sachen. Auch mal irgendwie was Cooles. Wie rede ich? Ich bin ein Vierjähriger. Gibt es auch noch einen L? Ja, komm. Sternen markieren. Okay, let's go. Den habe ich. Warum ziehe ich den nicht an? Ich habe... Jedes Mal denke ich mir das. Weil ich halt nie in letzter Zeit, gerade mit Lockdown und so, das einzige Mal, wenn ich rausgehe, dann ziehe ich mir halt schnell irgendwas an, was Schwarzes meistens und oft die gleichen Sachen, weil wenn du halt keinen Anlass hast, ist es halt Kacke. Und wenn ich dann in den Club gehe, dann will ich auch nicht irgendwas anziehen, was kaputt werden könnte. Sehen wir das Gleiche. Club im Lockdown, natürlich. Also natürlich nicht. Den Lockdown-Club, da kommst du nur rein, wenn du Corona hast, weil wir machen dort die Giga-Super-Spreader-Partys. Das ist einfach eigentlich gar nicht lustig, was ich da sage. Ich nehme alles wieder zurück. So. Aber du kommst nur rein, wenn du deine Rolex drin verlierst. Wie ich einfach weitermache. Zuerst sage... Ist der cool oder ist der cool? Wow. Der ist schon... Ja, zeigst du den her auch, oder? Vor allem mit dieser cremeweißen Hose. Ich brauche eine cremeweiße Jeans. Der ist crazy. Frage ist halt, ob der wieder so einen großen Kragen hat. Aber es schaut gar nicht so schlimm aus. Ja, da gibt es auch nur 10% drauf. Aber gibt es da nochmal die 20%? Extra 20%. Ich markiere den mal mit Stern. Aber 763 ist schon wieder ein Preis. Und Shirts, vielleicht noch ein weißes. Weiße Shirts habe ich schon fast keine mehr. Off-Wart spricht mich einfach nicht mehr so an. Balenciaga? Natürlich. Da bin ich natürlich wieder angesprochen. Ganz klar. Weiß nicht. Sobald ich irgendwo Balenciaga oder Wet Maul ist, bin ich einfach fixiert. Okay, da gibt es 30%. Aber den Schnitt packe ich gar nicht. Ich werde meine... Gibt es hier nochmal XS? Ich werde meine zwei Balenciaga-Shirts, die ich mir vor kurzem gekauft habe, zumindest eins davon hergeben. Weil der Schnitt einfach so kack ist, dass es einfach viel zu ober saßt. Ich meine natürlich, der Schnitt ist genial. Wenn ich wieder einen Flohmarkt mache, kaufst du meinen Spaß. Aber ich packe den Schnitt einfach nicht. Bei mir schaut das nicht gut aus. Ich werde mir sowieso noch von MEM ein paar weiße Shirts machen lassen. Und auch welche mit 3D-Pressung. Also ein clean-weißes Shirt oder creme-weißes Shirt im normalen MEM-Schnitt, aber mit der 3D-Pressung, die wir kennen vom Black Friday-Hoodie. Das ist irgendwie cool, oder? Baklava? Nice. Das finde ich nicht mal so schlecht. Was sagt sie zu dem? Größe L. Kostet 46 Euro. Das ist ein Scherz. Mit Sternen markiert. Ah, Ex-Ruigi. Also der Designer von Root. Root finde ich eine super Kacke. Aber Root finde ich cool. Beziehungsweise Root. Ja, nee, nein. Sorry, es ist trotzdem ein Root. Philippe Ryan, oder? Da haben wir eh schon minus 50%. Das hätte einmal 800 Euro gekostet. A Bithing Ape auf schlicht. Naja, muss nicht. Das ist einfach für mich so eine Kinder-Marke. Natürlich gar nicht der Bithing Ape. Da stelle ich mir einfach diese 13-jährigen Hype-Beast davor. Das können noch so viele Rapper anziehen, als wird für mich immer diese Konnotation mit so kleinen Hype-Beastern haben. Das finde ich nicht mal so schlecht von Marcelo Boulin. Das wäre so das erste Ding. Gibt es auch nochmal minus 20% drauf? Das finde ich tatsächlich cool. Und ich trage eigentlich nie Lager am Scherz. Ich hau das jetzt mal rein mit Sternen. Ihr Chat fühlt es gar nicht. Aha, was macht GmbH da? Nein. Sie wollen zwar weg von diesem Klischee der Berliner Club-Szene, aber mit dem werden sie es halt nicht wirklich schaffen. Das ist halt 1 zu 1 Berghain. Das ist halt 1 zu 1 Berghain, oder nicht? Das finde ich ganz nice so. Das ist eigentlich nicht schlecht. Geh mal einen Stern drauf. Wir haben eh schon wieder so viele Sachen mit Sternen. Brauchst du noch Hemden? Ja. Eigentlich schon. Gell? Eigentlich hast du recht. Sonarau? Ja. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, oder? Kann ich mir halt mehr für den Sommer vorstellen? Auch wie er es trägt. So offen finde ich cool. Keine extra 20%. Warum nicht? Schade. Das hätte ich cool gefunden. Oder? Das ist cool. Geil. Auf der Seite ein kurzer Arm und auf der anderen Seite ein langer Arm. Auch das finde ich sehr nice. Sonarau hinten top. Also das müssen wir uns merken. Das ist auch sehr schön. Das gefällt mir. Das finde ich cool. Gibt es das noch? Gibt es auch noch in meiner Größe? Was sagt sie zu dem? Gibt es auch nochmal 20% drauf wahrscheinlich? Wir haben eh viel zu viel. Wir müssen sauviel rausgeben. Wir haben nur 900 Euro. Gut. Das war es eh. Jetzt wird es Zeit, Freunde. Puh. Jetzt wird es spannend. Also wir haben gesamt 27 Artikel im Warenkorb. Wir haben 900 Euro zur Verfügung. Black Friday wird nochmal mit 20% draufschlagen. Also ja. Jetzt geht es ans Aussortieren. Das wird jetzt die schwierigste Frage. So. Fangen wir unten an. Elix-Gürtel. Haben wir den drin? 216 Euro. Wir kriegen dann nochmal 20% Rabatt. Das müssen wir auch bedingen. Elix-Gürtel. Ja. Lassen wir ihn mal fürs Erste drin. Dann gehen wir mal weg. Den von den Sweatern her. Boah. Da haben wir ja ganz schön viel. Den will ich nicht. Der ist auch irgendwie nice. Aber ich glaube, den werde ich dann nicht so oft tragen. Ja. Das Marcella-Boulin-Lang-Shirt sehe ich jetzt selber. Taukt man doch nicht. Represent. Viel zu teuer hier. Safe. Aber der ist schon clean. Aber ja. Für Represent-Verhältnisse könnte er nochmal wieder günstiger sein. Kommen nochmal 20% raus. Aber jetzt kein Schnäppchen. Sehe ich ein. Also weg. Aber der wäre auch ganz nice gewesen. Auf Grau könnte ich mir auch schon ganz gut vorstellen. Der MS. Nein. Den gebe ich nicht weg. Den will ich haben fürs Erste Mal. Also da würde ich eher noch den Off-Ward weggeben. Den finde ich cool. Balsiasa gehen wir weg. Schade. Wäre auch cool gewesen. Das fühle ich auch nicht so irgendwie. Ich meine, ich weiß, ich brauche weiße Shirts. Aber abgeben, weil da gefällt mir das noch am besten. Und jetzt sind wir gesamt bei... Ja, eh viel zu viel. La Vain raus. Ja, okay. Trotzdem, da ist was zu viel. Off-Ward oder Root? Das ist die Frage. Das ist echt die Frage. Kannst wirklich nichts sagen. Nein, es gibt keine Diskussion zu diesem Pullover. Ich will den haben. Ich meine, ich könnte das mal nicht... Wir müssen dann sowieso nochmal schauen. Off-Ward raus. Ich glaube, dass der Fit vom Root besser ist. Boah, da ist der Fit zwar auf jeden Fall beim Root besser. Zack. Okay. Dann kommt der Off-Ward weg. Dann haben wir jetzt 260... Jetzt sind wir immer noch... Brauche ich das Mani-Hemd? Nicht wirklich, oder? Dann nehmen wir das Mani-Hemd noch raus. Das hat mir doch letztens eh nicht gepasst vom Schnitt her. Da habe ich so breit ausgeschaut. Ja, dann nehme ich das Mani-Hemd noch raus. Also der Plan war, mit meinen 907 Euro Guthaben zu shoppen. Und jetzt haben wir aber 907 Euro einfach so ausgeben. Perfekt. Gut. Hat top funktioniert. Ich kümmere mich da morgen drum. Ich bin fertig. Habe fertig.